Wenn euch das Thema Airbrush interessiert, dann schenkt mir kurz ein paar Minuten eurer Zeit und bleibt einfach dran. Ich habe ein paar wertvolle Informationen für euch, denn Airbrush wird mein neues großes Projekt auf slotblog.de und auch auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben in den letzten Wochen daran gearbeitet und wenn ich sage wir, dann meine ich den Heinz Wagner und mich. Heinz Wagner, bei vielen schon Begriff wahrscheinlich, weil ich habe den Heinz Wagner das erste Mal getroffen in diesem Jahr 2018 auf der Spielwarenmesse. Und der Heinz Wagner ist ja dort immer auf dem Messestand, zeigt Farben, zeigt Airbrush-Techniken, zeigt seine Airbrush, weil er ist ja gleichzeitig Hersteller einer Airbrush, der sogenannten Triplex Airbrush. Und das habe ich mir alles mal zeigen lassen, habe ihm ein bisschen erzählt, was ich so treibe und für was ich die Airbrush brauche, für was ich Farben bräuchte, dass wir halt spezielle Anforderungen haben. Vor allem dann auch an den Klarlag, der sich mit den Diegels vertragen muss, der auch robust sein muss, um mal einen Crash zu überstehen. All das habe ich ihm geschildert und er hat sich das alles angehört und sagt dann hinterher, ja, er kennt sich sehr gut aus im Slot-Racing. Er hat da viele Kontakte, ist auch selber früher mal gefahren. Also idealer Ausgangspunkt. Und dazu kommt, dass Heinz Wagner nicht seit gestern erst Airbrusher ist, sondern der Mann hat 30 Jahre, über 30 Jahre Erfahrung, zum einmal im Airbrushen und zum anderen im Modellbau. Also genau der Mann, den wir brauchen, der kann uns helfen. Und da habe ich mir gedacht, den frage ich jetzt einfach, ob wir was zusammen auf die Beine stellen. Hat sich nicht lang bitten lassen. Das erste Video war auf der Messe schon fertig. Und dann haben wir jetzt praktisch das ganze Jahr über, haben uns immer wieder getroffen und überlegt, wie wir das Ganze aufbauen. Ergebnis ist jetzt, wir bauen einen E-Mail-Verteiler auf. Der steht schon soweit. Und das Ganze soll auch einen roten Faden haben. Roter Faden werde eigentlich ich selber sein, weil ich bin auch absoluter Anfänger. Ich konnte zwar ein paar Flächen lackieren, aber so richtig drauf habe ich es nicht. Ich habe dann immer Probleme, dass die Farben zu dick sind oder zu dünn. Dann spuckt mir die Airbrush wieder kurz vor Fertigstellung des Modells so einen richtig schönen Farbklecks drauf. Ihr kennt diese Probleme, die wahrscheinlich auch selber von den Versuchen. Und ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr weiterzumachen. Aber jetzt ist die Motivation voll da. Und ich lasse mir das Ganze schrittweise zeigen. Und auf diesem Weg möchte ich euch einfach mitnehmen. Zum einmal über die YouTube-Videos. Zum anderen über diesen E-Mail-Verteiler. Die erste E-Mail, die ihr bekommt, da kommt kostenlos ein PDF über mehrere DIN A4-Seiten. Und das ist so eine Checkliste oder Einsteiger-Leitfaden kann man sagen, wo es darum geht, welche Ausrüstung ist eigentlich die richtige für mich. Da haben wir auch schon ein Video gemacht. Folgt dann in den nächsten Tagen. Da lasse ich mir die ganze Technik von ihm mal erklären. Und auch vergleichen mit dem, was sonst so auf dem Markt ist. Und zusammen mit dem kommenden Video und der Checkliste habt ihr dann, wenn ihr noch keine Ausrüstung habt, schon mal einen richtig guten Einkaufsberater, nenne ich es mal, der auch neutral ist. Also, was ihr jetzt tun müsst, ist, unterhalb von diesem Video oder je nachdem, wo ihr seid, findet ihr einen Link zu dieser Newsletter-Anmeldung. Tragt euch da einfach ein und ihr bekommt dann ab diesem Zeitpunkt die Informationen von uns zugeschickt. Wir freuen uns sehr, mit euch zusammen, Airbraschen zu beginnen. Beziehungsweise ich als großer Anfänger freue mich drauf, das endlich mal wirklich mit Hand und Fuß beigebracht zu bekommen, das Ganze. Und ich nehme euch da mit und freue mich drüber, über jeden, den das Thema auch interessiert. Wir hören und sehen uns dann dabei. Bis bald, Roland von slotblog.de Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr vielleicht das Video dazu.